Tausende Menschen sind in Berlin zu einer pro-palästinensischen Demonstration gekommen. Rund 3200 Menschen nahmen in der Spitze am Samstagnachmittag an der Veranstaltung mit dem Titel Solidarität für Palästina teil, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte. Eine mehrköpfige Gruppe von Jugendlichen habe Sprechchöre für die islamistische Hamas skandiert. Nach einer Ansprache hätten sie diese wieder unterlassen. Einige tausend Menschen haben sich in mehreren deutschen Städten auf pro-palästinensischen Demonstrationen versammelt. Mit Sprechchören sowie auf Schildern und Transparenten forderten die Demonstrierenden unter anderem Freiheit für Palästina und nannten das Vorgehen Israels im Gazastreifen einen Genozid. Vereinzelt habe es Festnahmen wegen strafbarer Inhalte auf Plakaten gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Auch seien die Personalien von einer Ordnerin festgestellt worden, die einen Pressevertreter bedroht haben soll. Wie viele Festnahmen es gab, konnte zunächst noch nicht abschließend mitgeteilt werden.